Warum sitzt du nackert in einem fremden Auto? Ich kann das nicht so schnell erklären. Schade. Johanna! Jetzt sei nicht so kindisch! Du sagst mir sicher nicht, was kindisch ist. Steig nur einmal ein. Erklärst du mir dann, warum du nackert in einem fremden Auto sitzt? Ja! Ich wollte mich umbringen. Indem sie nackert in ein fremdes Auto setzt? Wenn Sie die Stop. Untertitelung des ZDF, 2020